moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft auf mein neuen server zusammen mit baby das auch einmal wir werden hier erst mal eine große fläche bauen macht mit achtung sommer nur einmal mal kurz lagen da kriegt er mehr schaden wenn du das zu häufiger machst dann passiert ja fast nix also eine schöne gerade fläche brauchen ich mache jetzt die seite wir werden das hilfreicher mit equipment was hilfreicher die habe ich nicht gesehen wir werden uns auf auf aber wir bleiben aber trotzdem bei unserer nähe ok ok ja dass du bei mir bleibt sich bei dir auswählen volles equipment haben diamanten oder was auch immer dann gehen wir allein halt ja bitte kommen sie mal her bin ich ja wir können das mal alles ich gebe dir mal was ok wir lassen das mal so das etwas schneller geht dann holen wir steine was gibt es noch eisen hat eben vieles mehr freunde wenn ihr unseren weg begleiten begleiten wollen dann lasst ein like und ein auto da um keine heute folgen zu verpassen und ja bei mir kuscheln kuschel kuschel ja oder nein ja ja bitte ich gebe dir mal was ok komm mal her der kommt davon wenn man abhaut welche chord das passiert ist ja ach komm hier nimmt das ganze bitte ich kenne eine höhe soll ich sie auch stein mitbringen das war zumal die wir bauen jeden fall noch eine noch nein herr wie heißt das noch noch ja ist das leben wir mal noch ein haus dass wir etwas überleben können übernachten können stimmts ja das ist doch auch ein nein doch was hingelebt vielen dank einer axt sie auch bitteschön in dem jahr alle bäume auseinander was gefehlt wir brauchen dann noch mehr essen form also jemand muss er bauen wahrscheinlich bin ich wieder da voll die tüte bauen muss muss ich doch letztes mal auch gemacht habe alles wurde wie ein bauler sack ich baue unseren haus ok nicht faul hast du gehört was ich baue ja jetzt habe ich gesagt aus wir machen es schön groß das kisten noch reinkommen köln tretet auch gerne auf meinen whatsapp channel rein bei die neuesten sachen angekündigt also hast du holz ja keine ich gebrauchen noch mehr nur reicht was zu kommen was aber bretter ne war auch richtig ja ich weiß nicht was du wolltest ob die stimme wolltest oder bretter war schon richtig man schlägt mich willst du darf ich was darf ich ja wie oh man manchen groß was ein großes baby manche werden sich denken was sind wir denn wenn die wüssten ja was wir machen wegen weh meine ich jetzt irgendwie hast du noch mehr eichen stämme ich bin dabei ich brauche richtig stämme oder holzbretter holzbretter ist doch eigentlich nicht stamm na für dich ist es ja ist ja egal welche farbe hält dunkel sicher ja für mich für uns ist es egal so ja nimm gib ruhig tschüss 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 gut das passt gut das passt ja das passt das reicht sogar kommst du mit hinter dir reicht das schon oder arbeit erreicht schon für unser haus wenn wir schießt ob es auch gehört das war nicht geschossen hast du ein apel ja das ist ein ja würde ich gerne nehmen und eine kartoffel nehme ich auch gerne ein nicht die kann ich an platzen das ist gut kommst du wir brauchen wir auch immer zunächst nahrung technisch kommen wir gehen erstmal zurück zur base aber das nehmen wir das lassen wir mal das nehmen wir mal mit kommst du wenn ich schon eine arbeit zu bauen noch das ist richtig gut und richtig viel sogar dass ich hier habe von normal stämme ja bitte ihre aufgabe gebe ich jetzt mal wenn sie wollen oder oder die höhe kurz warten ich war mal kurz den eingang okay ja und bitte nicht ab muss ich die form bauen wo platz ist ja überall ist platz also gute wird dafür ist das essen gut das wird damit und was noch das wird damit leben müssen die gewisse fragen stellen wir ja so eine gewisse guck mal ich würde jetzt ich wollte eigentlich mehr jetzt müssen wir in der hülle gehen und oder vielleicht treffen ja auch hier einer kommst du wollen sie mit oder wollen sie aufpassen wir sind dann musst du entscheiden dann kommen sie ruhig mit welche höhe findet man eisen wir sind ja kommen sie einfach mit und ja mal probieren nee danke ach so welche kurz sind das heute mal kurz bleibt du mal da kurz ich brauche ja die kurz wofür brauchst du die falls wir weit weg laufen hast du mal reingeschrieben die kurz also ich brauche ist der wert richtige und dann der z wir können wandern gehen ach warte ich habe es vergessen ich wert das ganze wegschmeißen also das was ja genau da guck das geht so jetzt kommst du ja wir gehen wandern und aber es ist eine schöne tiefe also hier kann es auch darum hat da kommt man da unten sind ich werde mal kurz gucken ob ich hier etwas einstellen kann mit einstellungen mit helligkeits mod das ist auch jetzt egal komm hey siri welche höhe findet man im minecraft eisen ich gucke jetzt mal gerade wir können aber mitkommen wenn sie wollen bauen sie ruhig die blätter ja die hier hängen als die hier also wie hier dass wir hier weizenkörner bekommen doch dann ich gucke das ist video ich habe eine höhle gefunden glaube ich warte kurz bleib mal da so warte ich komme warte ich komme ach so meint sie runter ich komme mal wieder doch hoch warum also man könnte darunter gehen aber das geht es tief runter musste sanderborn was musste sanderborn ja warte mal kurz als die koordinaten sind v 232 also warte achso er meint wahrscheinlich nee das ist ja nicht relevant ist für uns nur so y wert relevant das ist die höhe ja und da steht ja auch y ist auch die hier oder 15 höhe 15 müssen wir sein ja also das geht tief runter ich habe gerade 120 bohnen als y wert ja 120 121 also weißt wie wir warte soll ich runtergraben folgen sie mir runtergraben na wegen höhe 15 kommst du das blöde ist es dunkel weil wir den fackeln machen müssen ja dafür brauchen wir eigentlich einen stamm normaler holzart und wir wollen für eine kohle ja ist ja für fackel dann warte mal kurz äh zack warte und den ofen brauchen wir nein nicht für die fackel achso doch für die kohle holzkohle also eigentlich einen stamm holzkohle brauchen wir schwarz oder normaler ja bitte bleibt bleiben sie mal dort oder wollen sie mit da kommen sie ruhig mit aber ich habe noch mal ein bisschen weiter mal auch du scheiße ähm komm mal zu mir aber lauf langsam lauf langsam ist auch langsam oder guck mal was hier ist ja genau ja guck mal was da unter uns ist guck kannst auch an rand mit shift komm muss mal kurz shift beenden kurz machen hier guck hier guck auch hier guck mal was da noch ist hier holz diese kohle und wie kommen wir jetzt am besten runter was hm runter bauen geht ja nicht bei der manche stellen h h h h h h h dann block an die wand hängen ja warte mal kurz gute idee du hast mit der idee kaputt auch scheiße das wird so hoch darf ich was mit dem machen hui ui ui guck es es und ich sage runter springen dann kannst du runter springen sie landen ja weich auf mich mein schnuck in kein baby das ist wie haben sie für uns eingepackt sogar in rucksack ja ja muss jetzt nicht an klemmen und das thema sie können kommen sie können runter springen also hier drauf wo ich dir mensch da mache ich das machen am besten wie muss man immer aufpassen kann ich jetzt abgezogen er guck mal nach unten wenn du sie jetzt runterfallen wird dann bist du das ist man nicht unbedingt es geht eigentlich noch da bist du schon rück ist das zu hoch noch ja komm mit kann ich kann die wahres zählen ist zu dunkel warte mal kurz ich baue dir noch eine kleine plattform dass du nicht durchfällst komm ganz runter spring mal laufen keine angst komm mit langsam hopp ich baue noch gerade hier runter gerade jetzt müssen wir aber echt aufpassen das sind schon wir kommen nach oben wo der eingang war auch so weiß noch wo der eingang ist am ende jetzt kann es aber runter springen eigentlich komplett eine geht noch nicht ja also für mich nicht mehr mit ab kommt gleich drucken und da kommen ja aber jetzt haben wir erstmal kohle und weißt du wofür das soll und das ist jetzt nicht ich produziere ja nicht gerade war das heavy ja also sie kriegen auch paar fackeln was haben sie die fackel eingesammelt nee kann ich in die rechte hand nehmen mit f geht das und da ist dann auch licht achtung warte ich einfach von hinten kommen weißt du obwohl sie nie wirklich liegt und dann rechtsklick drücken f und rechtsklick also du hast ja schon f also brauchst du nicht noch mal jetzt drück mal rechtsklick passiert nichts auf dem boden aber nicht so weit ach so dann nimm mal ein anderes werkzeug in der hand ja ja gut ja bitte ich höre bist du ich möchte die chords 82 ja bringt mir nix ich bräuchte alle chords ich bräuchte schon den x wert den y und ja minus 131 und z ist 43 minus 181 131 baby ja bitte also den x wert der ganz vorne steht wie ich hast du da den minus ja minus minus 131 okay oder 131 ich muss den eingang noch finden den wir hatten ja also äh hallo warte ich klatsche jetzt hier mal runter also 131 den ersten ja minus da laufe ich zu vollsprichtung lass meine sache mal liegen aber ist nicht guck 131 minus ja ja an den letzten stellwert an den letzten stellwert mal habe du blöd wie haben wir meine sachen ein bitte mal ich lass mich mal sterben ich habe es gehört bis meiner nähe ach ich war in deine nähe schon ja das ist schon mal gut ich habe es gehört wo es bumm gemacht hat was richtig ja fast im abnibbeln bitte nicht abnibbeln bitte nicht abnibbeln ja ich habe nur noch ein herz aber dann dann warte bis ich schnell da bin ich wollte kein screenshot machen aber egal minus 117 1888 74 die werte ja ich musste den Eingang erstmal finden das war nicht der Eingang war das hier der Eingang? ne das war doch hinterher wahrscheinlich schade dass es leider nicht drin steht im protokoll hat nach welchem Wert ich bin dass ich hier reinschreiben ne ich höre dich auf jeden Fall hast du gehört? ja ja hab's gesehen ach du du hast mich schon gesehen? ne aber ich habe gehört wie du wie du down warst meinst du? und wie es buff gemacht hat ja also ich war schon mal deine ne das ist immer gut hast du meine Sachen eingesammelt? ne oh scheiß das kann mir Probleme sorgen jetzt ich bin jetzt voll wieder ich habe mich mit diesem komischen Fleisch versorgt erstmal vorüber gehen ja genau hätte Alex essen können aber ich war schon mal in der Nähe da muss ich dann nochmal die Sachen liegen dann noch auf dem Boden soll ich die einsammeln? ja ist lieber besser warte ich seh dich ich seh deinen Arm ich höre dich auch kannst du mir sagen kannst du mal sagen ähm das sind viele das sind viele Zombies äh wie ich jetzt dir kommen soll jetzt eine gute Frage muss ich auch wieder heilen ich bin schon immer noch am Limit fast am abnippeln ja also du hörst mich ja gut ja mann du blödes Fee geh mir auf den Sack du hast doch nicht wert ja ich bin aber fast am down hält mich davon ab das scheiß wie du musst bei meine Sachen bleiben sonst dies ich habe dich eingesammelt ach so gut jetzt darfst du nicht abnippeln wie ich ja doch habe alle eingesammelt ach warte ich sehe den Eingang ja ich habe den na endlich Juhu Baby ich lache bin da ich warst down was bin fast down welchen Quads sind sie auf 3 nebenbei drücken minus 120 hi gib mir mal irgendwas essbares ja hallo ja gib mir mal erstmal meine Sachen das Schwert hatte ich ja Wackel hatte ich dir A10 hier gegeben oder soll ich dich mal killen dass du oben ne ich wollte ja eh noch mal hochgehen jetzt jetzt sind wir noch nach diesen eichenholzbrett hatte ich viele gehabt ich habe eine Birke nur die Mindest und noch andere ne äh fackeln wie viel hast du 27 gott da kriege ich ja ähm dass du 10 hast also kriege ich noch 7 kriege ich jetzt hier mein Slot mit 11 kannst du wechseln ja und dann drücksteuer und Q dann mache ich das wegen Waffen naja wegen Waffen ja mit steuer und Q ja 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 war da genau warte wie ich habe ich das war egal war ich nur 10 dann hat mich doch richtig gott 17 ja da kommen wir noch 7 oder äh mein schwert habe nur 1 dann gibt mir mal deins am besten erst mal münd ich komme sie mit die zwei gehen zurück zu dieser ich überlebe noch ach du scheiße achtung zurück rückzug das ist jetzt ein kampf für mich du kannst da nichts in der Fische oder was ja ein Creeper zwei Stück so ein Creeper ist schon mal tot gott kann es wieder kommen rechts in andere welche habe ich auch gesehen gott wollen wir lieber erst mal zurück komm kommen wir mit wohin na zu mir mit warte mal kurz welche kurz sind das dann 157 gut au da darfst du nicht drauflazen die preis ist das hier guck wenn du hier spring mal drauf nee wie ist das gehen so zwei herze ja wir sind aber gemein die dinger ja oh ich muss abhauen wo bist du ich muss geradeaus abhauen ja genau da geradeaus richtig da wo die Creepers sind toll siehst du die wow tat 2 warte du bist bei unserer base da bleib erst mal da wir holen deine sachen und dann neu ok ok bis jetzt sauer was ist jetzt los warte welche kurz waren das 36 wo bist du shabby also da hinten hi hier sind zweimal mein fluff noobs möchtest auch einen keks 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 was ist ein keks wieder gekauft wie vom mutter was stimmt vom mutter hab ich mir selber gekauft bestellt gestern bestellt heute da ich hole ihnen die sachen wieder zurück ok können sie mir einen gefallen tun damit mir mal kurz in die hütte rein zu gehen die rein die tür hier und kommen einfach nach hinten weniger ein tücher zu guten morgen ist egal glaube ich schon gewesen was für die louis sagen komm her bleibt am besten wasser ja ich wollte gerade was machen warte mal kurz ich will mal kurz in atmen pendelt mal kurz gucken admin einstellungen oder der erste atmen bin ich ja wie heiße ich beim einfach ich lege immer 1907 06 zitronen ach komm weg mich junge geht das kx 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 Und noch kurz vor ihm, kurz, kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht für Minecraft. In euer Pass. Nicht bei Minecraft. Na das, ich will ja, ja. Ja. Na, ich möchte ja nur Recht hier machen. Was bringt mir, wenn ich kein Recht habe? Hey, was bringt mir das dann? Ich sag nur Shit-U. So, warte. So, warte. Kann man hier starten? Ist ja neu startet werden. Ich wundern. Siehst du mich noch? Ja. Ja. Vielleicht down gehen kurz. Ja. Weil ich es ja neu starten lasse. Bäh. Ja. Ja. Ich hole mir mein Essen. Ich habe Glück. Wenn es nicht, fresse ich ein B. B. Ich könnte fünf Admins machen. Ich könnte fünf Admins machen. Also, ich könnte auch halt Sachen machen. Aber ich will nur meine Sachen wollen wir nicht. Nicht mehr. Und nicht. Weniger. Genau. Bist gleich mein Dicker. Ja. Schnucki. Ich dachte, du bist nicht dick. Aber jetzt auf einmal schon wieder doch. Nein. Wie. Wie. Ja. Du bist nicht dick. Aber jetzt auf einmal schon wieder doch. Bitte warten. Damit Luis morgen eine tragen, ne? Ah ja. Hm. Äh. Pfff. Ach komm, Leck. Nicht. Warte, ich halte mal kurz. Aber wieder kurz down. Nur nur kurz. Also, darf ich kurz down schalten? Bin eh noch nicht drauf. Gott. Also, ja. Ding dong. Leute. Eigentlich wollte ich ein neues Projekt auf meinem Minecraft-Serbio-Schein.de starten. Und zwar von 0 Euro. Bis zum reichsten Spiel auf dem ganzen Server. Bin auch dafür extra zur Farmwelt gegangen, Leute. Hab da schon Holz gefarmt. Weil ihr wisst ihr, man muss irgendwie mit irgendwas anfangen, Leute. Ich wollte anfangen, mein allererstes Haus zu bauen. Und dann habe ich gesehen. Schaut euch das einfach selber an. Ich konnte hier eigentlich spiele was abbrauchen. Hä? 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 Das kann hier ja Blöcke bauen. Hä? Was soll das? Ey! Was ist das? Leute, ich hab grad Blöcke platziert. Habt ihr's gesehen? Oh no. Ist auch fertig, das Server? So close. Äh, zum stoppen. Der Server wird gestoppt. Ich will mir immer so lange mal. Was? Ja. Was soll ich? Was soll ich denn hier reinrutschen? Sehr lustig. Finde ich auch. Was machst du da schon wieder? Nix. Das brauchst du jetzt nicht anwählen. Leck mich doch aus. Ui. Leck mich. Darf ich? Donder. ielibout. Donder, dust. Möge dich. Donder, dust. Dust. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ich jetzt losse.